hallo meine lieben hier ist wieder frank fein aus berlin aus den schildenberger hinterhof studios es gab eine revolution auf dem kosmetischen markt angeführt von judith williams cosmetics judith williams und ihrem team und vor allem ihren kanadischen team in kanada dort gibt es eine zusammenarbeit mit einem kanadischen labor hier ist es gelungen retinol endlich stabil zu bekommen retinol der antifalten wirkstoff nummer eins alle antifalten wirkstoffe werden immer noch an retinol gemessen und man sagt immer ja kommt dran aber nicht ganz retinol hatte bisher war immer ein problem es war nicht stabil man hat es aufgetragen es hat für einen relativ kurzen zeitraum seine wirkung gezeigt und danach nahm die wirkung ab judith williams hat es mit ihrem kanadischen team stabil bekommen dazu erzähle ich euch gleich noch was und diese linie heißt retinol science retinolwissenschaft kann man sagen und hier ist nicht nur drin das reine retinol was endlich stabil ist sondern judith williams hat in diese linie noch zwei pflanzliche retinole mit hinein gegeben und zwar quasi amara ist das erste pflanzliche retinol und das zweite ist bako schule alles da drin wir gehen gleich die ganzen produkte durch ich habe sie schon getestet jetzt so ungefähr drei wochen ich muss dazu sagen diese linie ist ab 40 45 plus ganz so weit bin ich noch nicht aber ich habe sie trotzdem getestet und bin super super zufrieden auch mit den ergebnissen jetzt nach zwei zweieinhalb ich muss mal rechnen hier wissen ob ihr wisst rechnen ist immer nicht so meins ich glaube doch zweieinhalb drei wochen so lange habe ich die produkte jetzt schon in gebrauch und habe sie in original größe testen dürfen es gibt natürlich eine reinigung mit der wir immer anfangen die ist jetzt nicht hierbei die habe ich nicht mehr bekommen wer ich wunder die reinigung war ausverkauft bevor sie überhaupt präsentiert werden konnte es ist ein reinigungs muss was wir natürlich auftragen tragen wie jede andere reinigung danach wird das gesichtswasser nicht vergessen dass da der ganzen linie ist das retinol science concentrate hier sind drin super sondergröße 60 milliliter war zur einführung der linie angebot des tages bei dieser ganzen linie muss ich eins sagen weniger ist mehr es sind riesengrößen und es reicht euch ewig und wirklich weniger ist mehr nach der reinigung und gesichtswasser fangen wir an mit dem konzentrat 60 milliliter was ihr bitte sanft in die gesichtshaut einmassiert zack decke wieder rauf ein zwei pumpstöße eigentlich eins reicht aus um das gesicht zu versorgen es wo ging es retinol falten glättung falten reduzierung um über 90 prozent nach vier wochen ja natürlich individuelles einzelnergebnis aber es ist ein super verträgliches retinol in kombination mit den zwei pflanzlichen retinolen hier drin der duft ist ein traum die ersten haben schon wieder geschrien judith bitte macht uns einfach zu retinol science mal gucken vielleicht kommt ich hoffe natürlich auch es zieht super schnell ein retinol war für jeden lange nicht verträglich pickelchen rötungen hier nicht super verträglich für fast jeden hauttyp geeignet für die haut ab 40 45 mal kurz vor 40 bin ich ja die zwei jahre machen es auch nicht mehr super verträglich ihr könnt mit dem konzentrat auch nah an die augen gehen richtig einmassieren in kreisenden bewegung oder ihr macht immer so eine 8 super zieht schnell ein hinterlässt kein ölfilm ganz nach dem konzentrat geht es natürlich um den zweiten star der linie und zwar ist es die übergröße 100 milliliter gesichtscreme von retinol science die ist jetzt hier noch fast voll da reicht wirklich eine kleine menge aus wenn ihr das konzentrat benutzt hat wirklich bitte nicht übertreiben eine kleine menge reicht hier aus und zwar für das ganze gesicht wirklich sanft einmassieren die ist samtig weich zieht super schnell ein wirklich auch hier weniger ist mehr glaube ich wiederhole mich heute ich habe schon so viel gesprochen ihr müsst mir bitte verzeihen und bis sie dann kältet bin ich auch noch zieht super schnell ein macht die haut glatt weich und nach vier wochen wirklich eben eine falten reduktion bitte nicht vergessen auch um die augen auf zu tragen konnte man mit retinol wirklich bisher vorher selten wo wir schon bei den augen sind es gibt für die augenpartie auch eine augencreme die eigentlich preisverdächtig ist so die kriege ich jetzt natürlich nicht auf weil ich cremige hände habe muss sie mal kurz sauber machen julius bambustuch beauty institut fünf stück 23 euro glaube ich immer aus verkauft bis mal nebenbei sagt jetzt geht es natürlich für die augen ein spezial produkt diese augencreme ist kompakt stabil wenig öl drin und vor allen dingen diese augencreme ist nicht schwer hier sind drin über größe 30 milliliter ich glaube demnächst gibt es dann über die 50 milliliter hier fliegt mir alles runter ich tauche mal kurz ab hier hat alles dazu sagt diese augencreme ist super wirklich ums auge einmassieren einklopfen je nachdem wie ihr es mögt und bitte nicht vergessen das auge wird nicht hier auf und nicht hier auf die empfindliche augen haut und die augenfältchen sind hier wirklich daneben ich mache es immer geht bitte auch wirklich bis unters auge ihr könnt damit übers augenlid gehen und vergesst bitte nicht hier an den seiten diese augencreme ist nicht schwer wenn sie auch erst so aussieht sie ist kompakt aber nicht schwer ihr könnt damit übers augenlid gehen straffung 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 feuchtigkeit 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 für die älteren menschen unter uns super ist die linie geeignet für gegen nicht für gegen altersflecken rötungen ich war ja jetzt wie ihr merkt die ganze zeit so ein bisschen erkältet und hat er denn du bist die haut unrein und dann fühlt man sich nicht wohl und trallala als ich die linie bekommen habe diese erkältung zieht sich jetzt schon ewig ich habe sie wirklich zweimal aufgetragen beim zweiten mal koche ich morgens ins spiegel rötung weg pickelchen weg ich sage noch mal individuelles einzelnergebnis aber warum soll es anders leute anderen leuten anders geht als mir diese linie ist ein hit so wir haben es konzentrat gesicht creme auch creme natürlich wollen wir auch unseren körper pflegen da gibt es diesen riesen pot 400 milliliter retinol science body cream ideal für jetzt für herbst winter weil sie ist wirklich einer ich habe schon sehr viel einiges hier entnommen diese creme ist kompakt 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 kommt euch an ihr könnt sie auf den kopf stellen es kommt nichts raus so kompakt ist sie und voller wird stoffe voller retinol für den körper es ist eine richtige ja wenn ihr hier rausholt ein richtig ich nehme jetzt mal mit absicht ein bisschen viel richtig sahnig ist diese body cream die ihr auftragen könnt es ist ein genuss über den ganzen körper für alle die von euch body lift für verschiedene körperregionen verwenden body lift einziehen lassen die körpercreme wirklich darüber geben es ist natürlich jetzt wie zu viel was ich hier auftragen ich möchte euch mal zeigen wie sanft und wie schön mit diese body cream ist der duft ich sagte es schon einzigartig der ist wirklich fantastisch sehr dezent aber das was man wahrnimmt wirklich hervorragend dass die leute gesagt haben judith wir wollen ein duft gar nicht sehr verstehen ich war auch einer der ersten der geschrien hat so das ist die body cream und weil ich mir jetzt die hände schon da schön so mit eingecremt habe muss ich ganze gleich noch mal abnehmen ich schande so viel schönes produkt zu verschwenden aber was ich jetzt als nächstes zeigen möchte dazu brauche ich erstmal sauber gereinigte hände ich glaube über diese bambustücher muss ja auch noch mal ein video machen aber ihr kennt ihr doch sowieso alle das wird mich mal interessiert kennt ihr diese bambustücher wenn ich mache ich ein video drüber so der lappen dahin und der bambustuch lappen die körpercreme was ich hier stehe jetzt kommen wir zu einem spezialprodukt wer den körper gepflegt hat wer das gesicht gepflegt hat mit retinol science möchte vielleicht ja auch seine hände pflegen weil was nützt ein schön gepflegtes relativ haltenfreies gesicht und die hände verraten das wirkliche alter geht gar nicht aber auch daran hat judith willems und ihr team auch daran wurde gedacht es gibt eine handcreme in super sondergröße 180 milliliter und jetzt kommt es in dieser handcreme ist der gleiche wirkstoff komplex drin das stabilisierte retinol und die zwei pflanzlichen retinole quasi amara und bakochiol sind hier mit drin in einer handcreme meine lieben wir reden von handcreme nicht von gesichtscreme 180 milliliter ist mindestens ein halber wenn ich sogar dreiviertel jahr vorrat habt ihr mit einer creme zeigte meine handcreme für 180 milliliter mit stabilem retinol gibt es nicht so jetzt mal nicht übertreiben hier mit der menge sagt sagen erbsen groß erbsen groß reicht aus wirklich ich mache es mir immer auf einen handdrücken verteile es denn dann die handinnenflächen hand zwischen räume und dann bitte schön einmassieren ins nagelbett super super softe geschmeidige hände ich müsste eigentlich über jedes produkt ein einzelvideo machen weil dann wären wir ja nicht fertig mehr mit der präsentation hier wunderbare handcreme der duft wie gesagt ein traum mir kommt ein bisschen vor als wenn der in der handcreme bisschen intensiver ist aber es macht überhaupt nichts und super super gepflegte weiche hände sieht super schnell ein ihr habt die menge gesehen ich habe die menge gesehen zieht super schnell ein und ist weg handweich geschmeidig hervorragend jetzt meine frage an euch wer hat retino science von euch schon getestet wie sind eure erfahrungen damit schreibt sie einfach unter dieses video egal wo ihr es seht auf facebook egal ob in der youtube fangruppe oder youtube schreibt es einfach darunter zu gewinnen gibt es natürlich auch wieder was der vorrat an goji nimmt kein ende bei mir weil ich hatte einen riesen karton wurden wir von der jude zur verfügung gestellt um die an euch zu verteilen es geht wieder um die skin revolution goji face cream 52 milliliter sind drin fünfmal könnte es gewinnen natürlich gibt es auch wieder für jeden der möchte judas autogrammkarten mit dazu ich bedanke mich fürs zusehen und hoffe wir sehen uns hier auf meinem kanal bald wieder nicht zu vergessen ihn zu abonnieren like dieses video schreibt eure kommentare fleißig drunter und dann hoffe ich sehr dass wir uns demnächst wiedersehen hier an dieser stelle retino science meine neue lieblingslinie von judith williams cosmetics wir sehen uns bald wieder alles liebe bis bald tschüss musik 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 musik